Das war's für heute. 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 Hey, Charlotte, komm mal her. Wenn die Paula dich küssen wird, würde sie dann zurückküssen? Kann dir ja egal sein. Da ist ein Konzert im Shake. Ja, und die Paula hat mich halt eingeladen. Die Paula? Ja, die Paula. Sie ist eh mit ihr in der Klasse, oder? Ich weiß eigentlich gar nichts über dich. Die meisten glauben, dass ich irgendwie so ein Freak bin oder so. Ich mag Freaks. Ich hab nachher schon nach dir gesucht. Echt? Machen wir's nochmal. Was hast du denn gemacht? Ähm, wir haben uns auf Französisch vorbereitet. Die französische Vorbereitung muss aber ziemlich intensiv gewesen sein. Du bist ja ganz feucht. Frau Anerkennin, wir müssen gleich bitte type. Oh mein Mann.